Sie können die Uhr ausspielen zur Verlängerung oder zum Sieg und Hilyard dirigiert. Hilyard dirigiert und er ist der Typ für solche Crunch-Time-Situationen. Für 2-0 Ausgleich mit 4 Sekunden Rest. Wir schauen nochmal drauf gegen Simon, der nicht auf den Fake auf den kurzen Reinfeld und dann Hilyard unter den Arm ist. Sie sehen, wie gut Simon dran ist. Auch hier mit dem Arm. Der Arm ist oben ohne Foul. Hilyard legt ganz gut auf. Passt mal, wie es gemacht hat. Hilyard. Gut verteidigt von den Rollmann. Nicht nur gut, sondern perfekt verteidigt. Für den Offensivspieler gut vor sich. Hilyard. Es gibt für ihn eigentlich keine schwierigen Würfe in dem Sinne. Dann wieder schön der Step-Back und der Pass. 3 in der letzten Sekunde der Angriffszeit. Skyliners, denn komisch ist es nicht unbedingt wegen der Vernetzung. Kann aber trotzdem eine gewesen sein. 3er Hilyard. Und jetzt ist es noch genau 10 Sekunden. Hilyard will das pick and roll. Und Hilyard ist dann auch so stark mit seinen 3 Punkten geworben. Im Prinzip hat ein Missmatch gegen David Klemer in das Hand-off mit Hilyard. Klasse, schnelle Entscheidung. Hilyard bekommt da viel zu viel Platz. Schüttelt Tuki Brown ab. Klasse. Hilyard.